Hallo Internet und hallo YouTube. Wir kommen zurück zu einem nächsten Neuanfang. In dem Fall, wir waren nach Ark. Ich bin mit einem weiblichen Ark. Hätte ich gerne neu, hätte gerne so gerne, ja genau sowas hätte ich gerne. Spaß beiseite. Nein, wir spielen natürlich mit einem männlichen. Komm, wir übertreiben es nicht. Ich werde ihn auch nicht wirklich umstellen können, warum soll ich da viel umstellen? Es ist doch wurscht. Charaktername Mensch, ja genau. Wir heißen Mensch. Nein, wir heißen Pate. In dem Fall heißt man nur Pate. Das Land ersparen wir uns. Leben, den Land wollen wir nicht. Startpunkt, äh... Erhalten wir es mal leicht. Ja, ich weiß, ich habe einen alten Charakter, den ist mir jetzt wurscht. Den können wir jetzt löschen. Moment, ich bin gespannt, ob die Einstellungen mit der Lautstärke passen. Ark, was erwarte ich mir von Ark? Ich glaube, ich habe schon mal Ark aufgenommen, ist lang, lange her. So, woanders. Ich habe bewusst Center gewählt, für unseren Anfang. Oh, was bist denn du? Ein, ein, was bist du denn? Ein Karbonimi. Also, meine Hoffnung ist, viele, viele... Äh, so funktioniert es mir nicht. Äh, unbedingt viele, viele... Tiere für uns zu gewinnen und dass wir Tiere haben. Ich will mir mal kurz überlegen, wie schnell sammelt du hier. So nicht, so nicht. Wie sammle ich wieder schnell ein? Gott, Hilfe. Aha, da haben wir mal den Spann, den keiner braucht in dem Moment wieder. Hm, okay. Ich mach Holz, ich brauch Stroh, ich brauch einiges. Komm, gib mir Holz, gib mir Stroh. Ja, ich weiß, mit Bluten schon, wenn wir klar... So, wir haben zumindest ein bisschen was. So, wie sammelt man hier schnell ein wieder? Hier nicht. Hier nicht. Okay. Nein? 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 Äh, hallo? Vielleicht sollte ich mal hierher gehen. Nein? 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 Ah, okay. So, ich bin jetzt mal einsam mit Gott. Ich habe irgendwas gehört. Genau. In dem Fall ein Dodo sein. Okay, Level Upgrade. Alright, 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 alright. Alright, alright. das ist es auf den Plötzern wie viele Punkte haben wir zur Verfügung aktuell ich habe keinen Überblick ich sehe jetzt 0 8 Hammer ok ok 8 Hammer jawohl und jawohl zwei wichtigsten Sachen haben wir gemacht ja ich muss mich selber mal wieder zurechtfinden wie hier was funktioniert auf die Schnelle ja ich muss mich selber mal wieder zurechtfinden wie hier was funktioniert auf die Schnelle so so das ist auch kein Kappelsland das ist auch kein Kappelsland so gehen wir mal Hutzklopfen nein Steinmann du sorry du das hätte ich auch gerne hergestellt die Fakke brauchen natürlich keine äh, ja genau, so stellen wir das Projekt Dankeschön, es ist es ist gewöhnungsbedürftig noch wieder wenn es das nicht mehr lange gespielt hat, dann ist das irgendwie so ok, ich muss mich wieder mal reingewöhnen in das Spiel ja, ich weitschen weitschen einfach, wie man so schön sagt auf schönen Dialekt Deutsch es ist weitschen einfach handwerklich geschickt würde ich gerne ein bisschen für die Treiben schön, jetzt haben wir 10 zur Verfügung 3, 6, 9, 12, zu wenig, da brauchen wir noch ein Level ab dann können wir drüber reden machbar werden wird essen sein, etc welchen Toto töten jetzt schon so, jetzt müssen wir das hier das haben wir da die Kamera ist auf jeden Fall aber die sind nicht die sind nicht allzu beschwerlich so, habe ich Pappe genommen, passt das ist immer gut da ist noch ein Level ab Apex-Bee finde ich noch Apex-Bee finde ich noch so, jetzt haben wir 18 zur Verfügung 1, 2, 3, 4, 5, passt, die hätten wir durch so eine Kiste natürlich nicht schlecht gewesen ich voll honken natürlich würde ich bin ja voll honken wir mal äh, voll honk Aktion gewesen von mir, dass ich keine Kiste erstelle aber ich bin ja ein voll honk so, wir brauchen Lieder Lieder, gut, wir brauchen Lieder von ihm holen wir es denn, komm ne, Dodo bringt mir kein Lieder Schäbe Dodo bringt mir kein Lieder wirklich so, wir können es aber trotzdem vielleicht das ist nicht, dass die laufen um die Eck in Hautbach ist aber kein Lieder das ist nicht also ein bisschen gut ne so, es wird nicht immer draufdrücken, dass ich bei zwei Stelle gleichzeit nicht dumm von mir äh, nachher bedacht das ist so, dumm einfach, kein Wort, Stroh, hallo da muss ich mit der Hand abmachen, ich brauche Stroh da muss ich mit der Hand abmachen, ich brauche Stroh die allgemein aus, 52 haben wir auch 52 haben wir auch 62 haben wir, derzeit, das ist nicht gut ein bisschen beworben muss man unsere übertreiben so, auch beworben muss ich mal, ich muss mal hier umschauen ein bisschen Dodo Dodo bringt mir nichts Dodo bringt mir gerade nichts, weil ich glaube, dass ich noch weiß, Dodo geben kein Lieder Dodo also, wie der Fan-Kontakt möchte ich jetzt auch nicht treffen so, kann sehe ich hier doch freut mich, dass mir heiß ist wir gehen in der Voter dann bin ich schon wieder kühler so jetzt unsere Sicherheit so es ist faszinierend hier da gibt's Lieder aber was besser sind auch hier gerade nämlich da ist besser sind auch hier gerade nämlich da so ich kann ... ich kann ich bin immer anders als wäre schnell junger mach mich fertig, hat er was brauchen ich bin nicht schnell Was ist das? Aber wir gehen jetzt alle durch, wenn schon das Windmus ihm passt. Oh oh! Oh! Da haben wir schon eine Liedersache. Komm schon, geh mal wieder. Oh, ich habe es befürchtet. Oh, da war Level 2. Nein, wie konnte mir das passieren? Oh, komm, ich bin angepieselt jetzt nach der Aktion. Das war ein unnötiger Tod. Typisch begonnen, wie immer, ungestimmt. Spiel, wo ich nicht sterbe, zu Beginn ist kein Spiel für mich. Ach komm schon, ihr seid ja. Ach Gott, dieser Viecher. Das Schlimme ist, wir sind ja genau da, wo ich draufgekommen bin. Das ist das Schlimme daran. Ich hab' meinen eigenen Stellpunkt nicht. Wo ist denn mein ... Das war das überhaupt hier. Ne, das war gar nicht. Verdammt. Da hinten ist das ... oh, aber der ganze Weg hat er zu halten. Nein, nein, der 2 hier nicht, sind auf der anderen Seite, der natürlich jetzt belastend wieder, ich kenne natürlich auf Gesundheit, 11 haben wir jetzt, äh, die Kisten, die Kiste, unbedingt, unbedingt eine Kiste, und Lagerfeuer werden wir auch gleich machen, so, jetzt gehen wir mal schauen, dass wir so Sachen wieder bekommen, das ist jetzt mehr oder weniger dumm gelaufen, das ist sehr dumm gelaufen gerade, das ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr. Ich sehe ich schon. Ah, ich sehe es. Ah, ich hätte diese kleinen Viecher töten können, irgendwie habe ich, sie kann. es ist immer so mit der falschen den falschen Waffen die Füße 8.7 und beschweren möchte es nicht noch mal drauf gehen die aufpassen könnten auch Lass mich schon klar dass mir kalt ist die Vorsicht ist geboten hier gibt es Heier Oh, das ist noch mal so ein dummes Vieh. Ja gut, wenn sich das Spiel ein bisschen aufhängt und nicht weiß, was es will. Ich bin an meiner Sache, wenn es geht. Okay. Gib mir... Okay. Ich kann das jetzt wieder. Okay. Ich muss abwerfen, schnell. Ne, so nicht. Ich muss weg ab. Ah, so. Okay. Dann Sachen, die wir nicht brauchen, können wir ja wegschauen, wenn man es so nicht hat. Weil zweimal brauche ich es auch nicht. So, jetzt hätte ich auch trotzdem gern den hier gehabt. Aber kurz. Jetzt habe ich jetzt mit dem Slot, schnell. Ich muss ja mal selber ein bisschen überlegen, wenn ich nicht war, oder? Jetzt bin ich wach, danke. Ja. It's raining. Höch zu. Regenwetter brauchen wir nicht ganz. Und jetzt weiß ich dann gleich, wie laut wirklich eingeschlecht ist. Und das ist dann der Vorteil an Regen. Binion überlegen, wenn wir da rüberschwimmen und uns da drüben eine Basis dann machen. Jetzt haben wir uns auf der anderen Seite eine Basis und hier dann mal immer Farmen und etc. bis der große T-Rex kommt und uns alles kaputt macht. Jetzt habe ich ihn den Part erreicht. Viel. Bin einmal gestorben. Und ansonsten bin ich auf und abgelaufen. Jetzt habe ich nichts gemacht. Jetzt habe ich nichts gemacht. Eine Kiste. Danke. Da ist das nicht so witzig, ich würde gerne rüberschwimmen, damit wir die Basis irgendwie machen. Ich habe mein Glück, weil ich jetzt da rüberschwimmen sterbe, oder? da mit dem in der Wettbewerb steht das Geld nicht der Bekommel Kappel um der eine glaubt dass ich hier rüberkommen dass ich sterbe eine Überraschung da wird gekämpft das ist mir ehrlich gesagt gerucht jetzt an dieser Kiste hin da muss man ja sehen was ich nicht brauche da muss man ja da muss man ja da muss man ja da muss man ja da 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 muss man ein paar Sachen nicht brauchen bedingt der kleine gibt Lieder was ich weiß da da muss man ja da muss ich da muss man ja da muss man ja da muss man ja ich muss ja das sind da muss man ja das ist das ist der Tod da was weiß ich mir das und so wichtig ist gleich vier Jahre Leder lebenswichtig das passiert nicht, dass ich stelle. Hey, es wäre schon interessant zu stehen, aber wir tun es nicht. Wir sind nicht lebensmültig, YouTube. Ich kann so schnell sehen, dann kann ich besser. Das bringt mir sowieso nichts mehr harte. Schön, falsche Taste mal wieder mischt. Ach Gott. Die Kiste ist auch zu viel. Eine Kiste in der Kiste wieder. Schauen wir uns mal hier um. B für Simmer. 30 Minuten, eine sehr gute Partlänge. Schauen wir mal kurz, was es hier gibt. Oh, wir haben Level Up. Stoppen wie ein Level Up. Gehen wir auf. Nein, Kampf. 10 haben wir jetzt gut. 10 ist immer gut. Die Frage ist natürlich. Wollen wir jetzt schon ins Fundament gehen? 10 Minuten. Hier noch nicht. Wichtig wäre hier mal. Die Sache mache. So, das ist auch mal leid. Wir haben einen kleinen Hinblick. Das ist nur eine kleine Händel, die uns am Ende viel bringen könnte, wenn wir hier bleiben, erweichen wir jeden Feind aus, den wir nicht unbedingt haben müssen, um was zu trinken. So, wo waren die Kisten, da ist das alles, also die Kiste ist weg. So, da bleiben wir jetzt und somit sage ich danke fürs Zusehen und bis zunächst, als wir erstmal spielen. ARK! ARK! Ich bin ARK bei mir, mit mir im Kanal und dann schauen wir, wie wir weitermachen bei ARK. Lassen wir uns einfach überraschen, danke fürs Zusehen! ARK!